Diese Aussicht. Ein Traum. Hier von der Schliersbergalm hinunter auf den Schliersee, auf das Örtchen Schliersee und auf den Kurpark. Und genau dort findet er statt, der Gartensauber vom 26. bis zum 29. Mai. Ich sehe Aussteller, handgemachte Gartengeräte, Wettkämpfe, das sind Vogelscheuchen und noch viel mehr. Das erwartet Sie. Und natürlich auch die Schliersbergalm mit diesem traumhaften Blick hinunter. Und wo sehen wir uns? Richtig, im Kurpark Schliersee vom 26. bis zum 29. Mai. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.